ja damit willkommen zu einem kleinen infovideo und zwar wollte ich euch bloß kurz informieren dass nächste woche mittwoch der 18 vierte ja die beta des performance patches angekündigt ist und wir an diesem abend einen live stream machen und die uhrzeit kann ich leider noch nicht sagen denn urban games gibt keine uhrzeiten frei wann diese wann dieser patch rauskommt ich denke wir werden vorher schon mit transport fieber anfangen und dann werde ich jede fünf minuten schauen oder jede zehn minuten schauen ob dieser patch schon verfügbar ist und dann werden wir auf den performance patch springen ja wenn ihr euch auch schon so freut wie ich dann schaltet doch zum live stream ein und ja wir sehen uns am mittwoch und macht's gut bis dann